Unsere Buntheit an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Welcher Betrieb kann auf Unternehmen aus dem Sozialen, aus dem Kulturbereich, aus der Industrie, ein EVU, ein Küchenbetrieb zurückgreifen? Das ist tatsächlich eine Stärke von uns hier, so enorm diversifiziert zu sein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlichster beruflicher Herkunft sind, glaube ich, ein Erfolgsfaktor.